Schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind auf der La Sisee und endlich mit dem Auto, auf das ihr ganz lange gewartet habt, und zwar genau dieses Auto hier. GT3S, heute werden wir die Rundenzeit fahren, vielleicht werden wir sie auch zweimal fahren und sag ja schon mal direkt vorab, denn wir haben zwei Grad Außentemperatur. Wir sind ja mal mit den Jungs, ich mach mal die Bilder rein. Also was wir auf jeden Fall sehen können, ist das das Verhalten des Reifens. Also muss ich dir echt recht geben, das ist ja wirklich so viel mehr Rennreifen als alles andere, weil schau mal wie der Reifen jetzt schon aus und hat der kurzen Fahrrad der Vorderachse. Genau, die Jungs von Gutje waren ja da und da haben wir ein bisschen Reifentests gemacht, ne Movi? Ja. Haben einen gewissen Luftdruck rausgefunden, der gut ist. Jetzt haben wir diesen Luftdruck eingestellt, plus wieder 0,2 oder sowas drauf. Warum? Weil wir den Reifen wahrscheinlich nicht in diese Temperaturen bekommen, wie sie da waren, weil da war Sommer. Jetzt haben wir zwei Grad Temperatur, komplett trocken, strahlender Sonnenschein. Also wirklich ein sehr geiler Turbotag. Für Sorgmotoren auch okay, aber für Turbomotoren eigentlich perfektes Wetter. Die Reifen sind gerade frisch angefahren. Das heißt, sie sind vom Profil her gut, weil der Grund, warum ich so viel erkläre, ist, ich will eigentlich hier mit neuen Rekord fahren heute bei den Temperaturen. Ein bisschen angespannt bin ich, weil das Auto ist natürlich sehr schnippig. Den musst du auch fahren mit eigentlich allen Regelsystemen irgendwie deaktiviert, weil sonst kriegst du meiner Meinung nach bei den engen Kurven das Auto nicht fortbewegt. Auf der Nordschleife mit Regelsystemen anfährst du eine super Zeit, doch hier haben wir relativ starken Lenkwinkel, geringe Geschwindigkeit und im Idealfall natürlich dosieren. Da sind welche mit Motocross-Maschinen unterwegs, deswegen kann ein bisschen laut sein. Und dort kann dann hier und da der Traktionsverlust da sein. Wenn der Traktionsverlust passiert bei den 21 Zoll auf der Hinterachse, dann ist halt die Runde im Arsch. Also das muss so krass sitzen jetzt, was wir jetzt machen. Und ich werde wahrscheinlich relativ wenig reden, weil das doch wirklich, also es muss einfach wirklich passen. Auto ist unmodifiziert bis auf die Folie. Wir haben auch die BBS-Räder jetzt gerade runtergenommen, sondern jetzt fahren wir wirklich das Auto 100% wie es aus dem Laden kommt. Und damit wollen wir die Zeit vom R8-Kompressor V10 schlagen. Die Zeit von dem Auto war 53,8. Ich habe nicht so ein super gutes Gefühl, weil der war schon sehr, 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 sehr schnell. Also es ist unfassbar. Das ist einfach ein perfektes Paket. Doppelkuppler, super schnell ansprechendes Getriebe, super schnell ansprechender Motor, Fahrwerk auch gut, Traktion gut, da passt alles. Lange Gänge, wenig Schaltvorgänger. Aber es hat kein Rennauto und das eigentlich schon, ne? Das ist eigentlich ein Rennauto. Deswegen müssen wir jetzt zusammen das Auto schön behutsam warm fahren, sprich Bremsentemperatur, Motortemperatur, Reifeltemperatur muss alles passen. Dann ist das Auto vollgetankt, um ein gewisses Gleichgewicht zu haben. Das heißt, der Wagen vorne hat etwas mehr Achslast. Ich kümmere mich jetzt nicht so um das hohe Fahrzeuggewicht, weil wir jetzt diese 70 Kilo geringeres Fahrzeuggewicht hätten, wäre das auf unserer Strecke, glaube ich, nicht so hilfreich. Da ist es mir lieber, dass im Einlenkverhalten das Auto gut Last vorn drauf hat. Ich will mich nicht rausreden. Ich würde am liebsten jetzt hier stehen bleiben. Ja, so sieht das nämlich aus. Ja, Bernd, fahr mal. Nein, komm. Oder Timo wäre eigentlich gut jetzt, ne? Oder Bernhard. Ja, ist gut. Der wäre jetzt der richtige Mann. Oder Lars. Ich würde gerne mal gegen Lars hier fahren. Ja, mach doch. Um zu wissen, wo der Unterschied ist. Glaubst du, es ist viel Unterschied auf der Strecke? Ja, viel ist halt relativ, ne? Weil auf der Strecke ist halt eine Sekunde. Wahnsinn, klar. Ah, meinst du, Lars kämpft eine Sekunde schneller? Das ist sein Hauptberuf, der macht nichts anderes jeden Tag. Ich weiß. Ich glaube schon, ja. Eine ganze? Kann ich mir schon vorstellen, ne? Okay. So, Motortemperaturen sind eigentlich schon da. Vom hinfahren noch. Reifen nicht. Das zeige ich euch jetzt. Ich lenke jetzt ein Movo. Vorsicht. Es rührt. Ja. So. Dieses Geräusch bedeutet, ich habe jetzt gelenkt, aber der Reifen hat keinerlei Anstalten gemacht, diese Seitenführungskräfte zu übermitteln, dass das Auto jetzt nach rechts wird. Ja, wie man merkt, wir fahren halt wie ein richtiges Rennauto. Das heißt, es dauert jetzt ein bisschen, bis wir das Auto warm kriegen. Den Reifen vor allen Dingen. Weil, das Geräusch darf gleich eigentlich nicht mehr wirklich stattfinden, sonst kriegen wir gar keine Rundenzeiten zustande. Asphalt ist halt echt kalt. Genau. Bremse muss auch dementsprechend warm sein. Bremse ist das, was ich bei dem GT3 RS doch einen Fehler gemacht habe in der Bestellung. Ich hätte doch die Keramikbremse bestellen sollen. Ich bin eigentlich ein Stahlfan, aber in diesem Fall wäre da die, ähm, die Keramikbremse doch die bessere Wahl gewesen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Auch wegen Gewicht, wegen Eingangverhalten und sowas, oder? Ne, das, das, das denke ich mal nicht so riesengroß. Aber die Bremskraft und das Bremsgefühlspedal ist super weit hinten. Scheiße, 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 scheiße. Leute, das wird eine lustige Fahrt. Wir müssen jetzt ein bisschen driften, um ein bisschen Leben ins Auto zu holen. Vor allem zumindest schon mal auf die Hinterachse. Wenn ich die Hinterachse nämlich habe, dann kann ich auch angasen, dann kriege ich die Vorderachse auch. Scheiße. Ja. Ich bin ja. 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 Okay, das ist das, äh. Ich hab jetzt irgendetwas in Ordnung. Ich hab jetzt schon mal ausge Listening. Ja, ich hab jetzt mal alle Warsch. Ich hab jetzt schon wiederhole, und ich hab jetzt mal so richtig northen. Ja, jetzt kommst du? Ja. Das heißt, wir schicken jetzt gleich die Jungs schon mal los die Kameras an, dass der Reifen nicht wieder abfüllt. Wahnsinn, wie der Reifen auf einmal anringt zu leben. Es hängt ganz klar von mir ab, das Auto kann das. Das Auto kann das. Was sagst du? Ich glaube er schafft es. Ja? Das würde den Druck nicht erhöhen, aber ich glaube er schafft es. Raus. Lass das Auto heilen und dich auch. Raus. 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 10 Sekunden glatt. Ach du Scheiße. Das ist schon... Besser, glaube ich, ne? Ja, 0,8 schon besser. Ist das krass. Alter! Ist das krass. Ich mach aber noch einen drauf. Ja, ja, mach. Ja, oder? Und jetzt. Das können wir jetzt machen. Knochen. So. Das war's. Schuss! 52 Sekunden fährt ein GT3 RS auf der La Sisee. Ich hatte erst meine Zweifel, aber Reifentemperatur perfekt, Reifenluftdruck ist perfekt, Auto springt nicht, Auto hüpft nicht, alle 4 Reifen sind in Funktion, Bremse, die Abkühlphase reicht doch aus, also die Bremse funktioniert doch, ich hatte erst Angst, dass ich auf die KSK so ein bisschen Bremsfading zu doll kriege und ein bisschen Schiss bekomme, man konnte aber noch ein bisschen später bremsen, dann wird es doch schwer für den Taycan, ne? Nein, denkst du, er schafft es? Gibt es ein Auto, das unter 50 kmh schafft? GT2 RS? Ja. GT2 RS holt ja hier schon mal eine. Ja, stimmt schon. Ja, mega, also ich bin sehr zufrieden, vielleicht rede ich gerade nicht so, vielleicht sieht man es mir auch nicht ganz so an, aber das ist für mich schon echt toll, weil ich sehr lange drüber nach, zum Beispiel auch manche Kommentare, ja, ich hab auch gelesen, ne, JP hat den auch gecrasht, den GT3 RS, der kann ja eh nicht fahren und so, ne, da kommt nie im Leben der GT3 RS-Zeit. Das sind alles die, die keine Ahnung haben, ich muss das so sagen, ihr habt keine Ahnung, weil du kannst einfach bei Regen und bei Schnee und bei minus so und so viel Grad kann man das nicht machen, das war jetzt schon das Kelz zu meiner Meinung nach, was wirklich geht, bei 1 Grad, 2 Grad. Ich bin sehr zufrieden, dass alles heile geblieben ist, ich bin sehr zufrieden mit der Zeit, ich bin super glücklich, ich bin super, ja, weiß nicht, ich bin sehr, sehr happy. Also ich würde sagen, die Feier des Tages, jetzt muss ich noch reinmachen, die Reifen nochmal ein bisschen tot, ne? Ich bin nass geschwitzt, ne? Ehrlich, das ist unglaublich. Und die eine Runde davor war so noch ein Tick besser, aber die Zeiten-Messuhr lief nicht, ich bin über die Linie schon gefahren, die Zeit lief schon. Ja, brutal, brutal. Und der Grund, warum das Auto auch so schnell ist, weil du die Kurven so eng fahren kannst, weil die Geschwindigkeit reicht und ich fahr die Kurve hier so. Guck mal, ich komm so, ne? Weißt du? Du kannst das so eng fahren. Gut hier, vielen Dank nochmal für den brutalen Reifen. Sofort ist Reifenhalt echt, du musst das Auto die ganze Zeit am Kochen halten, bei den Temperaturen. Sonst klappt das nämlich nicht. Ja. Mega. Krass, krasses Auto. Und es fühlt sich nicht so an, ne? Nee, es fühlt sich nicht schneller an. Bei der ersten Runde, dann gucke ich drauf und sehe 53 glatt und denke mir so, hä? Ist der jetzt dann schneller? Nein, 53 ist ja relativ nah an 50. Hm. Nee, nee, wir sind jetzt schon schneller gefahren. Ja. Und in der ersten Runde ist ja echt schwierig. Ja, aber in den Autos lebt auch eine gewisse Seele. Du merkst, ich hab das sonst nicht, wenn ich hier auf der La Sisee fahr und versuch wirklich schnell zu fahren, dann prügel ich so rein und so, aber ich rede mit dem Auto nicht so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bilde mir schon ein, ich rede mit dem Auto. Zum Beispiel, wenn du da auf die KSK zukommst, dann ist das ja schon eklig, ne? Ja, klar. Weil du kommst darauf zugehämmert, wie so ein Wilder und denkst dir so, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann rede ich mit dem Auto und sag mir, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, jetzt bremsen! Und dann ankerst du hier, gehst rein, einfach mega. Wir haben einen neuen Rundenrekord auf der La Sisee, du hast recht, Movo. Das ist natürlich für die jetzt folgenden Autos alle sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, aber früher oder später kommt ein Auto, dass das knacken wird. Ich glaube ja, dass der Taycan das schon ruppen wird. Ja, das kann schon sein, ja. Das, äh, sehr nah, glaub ich so, auf jeden Fall. Sehr nah. Ja, fantastisch. Ähm, guter Tag. Ja, guter Tag. Können wir was machen? Nein, ne? Ins Büro springen. Schwimmt. Wir müssen Kubik noch erzählen, was passiert ist. Kubik! Herr Krämer, also wir haben einen neuen Rundenrekord auf der La Sisee von sage und schreibe unglaublichen 52 Sekunden. Boah. Ich will das mal eben ein bisschen ausführen. 52 Sekunden sind 1,8 Sekunden schneller, als der aktuelle Rekord gewesen war. Vom R8 Kompressor. So, Nummer 1. Aber, wenn man auch mal Vergleiche zieht. Ein Porsche Turbo 993 fährt 58,9 Sekunden. Ein 964 3,8 fährt 1 Minute 09. Hier haben wir schon das Schild mit 52 Sekunden. Wie viel Unterschied das ist, weil unsere Strecke ist ja wirklich nicht lang. Wie effizient und wie stark das Auto beschleunigt, wie gut das Auto bremst, wie spät es bremst, wie gut es schaltet, wie gut es die kreisbaren Fahrten macht. Also, man kann schon wirklich sagen, dass ein GT3 RS schon ziemlich speerspitzmäßig unterwegs ist. Jetzt ist nur die Frage, wie ich für mich, die ich auch gerne selbst beantworten würde, wie schnell wäre ein GT2 RS. Aber nein, scheiße, ich habe gar keinen. Das ist echt doof. Ja, doof gelaufen. Das ist doof gelaufen. GT2 RS und wir haben demnächst noch zwei neue Autos im Fuhrpark. Das eine ist ein Kundenauto, oder von einer Kundin, was demnächst kommt und ein Auto von unserem eigenen Fuhrpark. Was in der Lage sein könnte, diese Zeit zu schlagen von 52,0. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, ich sage es, den einen kennt man schon. Also, ein Taycan, glaube ich, kann das. Könnte sein, ne? Und es wäre echt der Arschtritt des Jahrtausends. Ja. Das wäre der Arschtritt überhaupt. Und dann weiß ich auch schon wieder, und mir geht es bei dem Elektro-Thema gar nicht so krass so um, ja, wir sind jetzt hier grün, wir sind überhaupt nicht grün. Aber es ist halt einfach mega geil. Es ist halt mega Power, mega spaßig und auch ultra unterhaltsam. Und wenn der die Bestzeit fährt, dann ist es auf jeden Fall mega. Und dann werden sie wieder heulen. Ja. Dann ist wieder irgendwas scheiße. Aber die ganzen Hersteller, die ganzen Autos geben sich ja alle Mühe, vernünftig zu fahren. Doof wäre natürlich jetzt, wenn der Taycan irgendwie eine 57 oder sowas fährt. Aber... Dann ist es so. Dann ist es so. Aber ich kann es mir bei aller Liebe nicht vorstellen. Auf der Bremse kann er beschleunigen wie kein Zweiter, Kurven fahren wie kein Zweiter, Gewichtsschwerpunktverlagerung, alles. Wir werden es sehen, wenn ich ihn kriege. Ja. 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 Ja.